Norditalien erlebt derzeit die schwerste Dürre seit über 70 Jahren. Flüsse und Felder trocknen aus, Wassernachschub aus den Alpen gibt es kaum, auch Regen ist nicht in Sicht. Nun wurde in sämtlichen Regionen der Notstand ausgerufen. Bereits der Winter war außergewöhnlich trocken und schneearm, sämtliche Skiregionen in den Südalpen blieben geschlossen. Im Frühjahr fehlte somit das Schmelzwasser aus den Alpen, die große Seen wie der Lago Maggiore führen teils Rekordniedrigwasser. Das ist natürlich, was außergewöhnlich ist, ist die Länge dieser Trockenheitperiode. Bei uns hat eigentlich im Dezember schon angefangen, praktisch kein Niederschlag im Winter, kein Schnee und es ist weitergegangen. Im Frühling haben wir auch relativ wenig oder fast keinen Niederschlag gehabt bis heute. Eben, das ist sechs, sieben Monate Trockenheit, das ist wirklich außergewöhnlich. Von der Seite vom Wasserangebot ist natürlich die Lage sehr, sehr kritisch, wie ich gesagt habe, im ganzen Po-Gebiet. Die Po-Ebene in Norditalien gehört zu den wichtigsten Landwirtschaftsregionen Europas. Das Wasser für die Bewässerung der Pflanzen wird zunehmend knapp. Bereits jetzt sieht man an vielen Stellen die Folgen der extremen Trockenheit. Manche Kulturen sind bereits komplett vertrocknet. Der wichtigste Wasserlieferant ist der Po, der längste Fluss Italiens, jetzt zu einem Rindsaal verkümmert. Ein weiteres Problem ist, dass das Salzwasser der Adria immer tiefer in die Flussarme des Po-Deltas eindringen kann und dort die Anbauflächen versalzt. In einigen Städten ist der Zugang zu Trinkwasser bereits beschränkt. Anwohner dürfen diese tagsüber nur zum Kochen, Trinken und für die Körperhygiene verwenden. Das Bewässern von Gärten oder das Waschen von Autos ist in dieser Zeit verboten. Die Trockenheit ist in weiten Teilen Europas zu spüren, von Spanien und Frankreich bis in den Osten Deutschlands. Und eine Entspannung scheint vorerst nicht in Sicht. Im Gegenteil, trockenes und heißes Hochdruckwetter könnte die Lage in vielen Regionen noch deutlich verschärfen.